So, jetzt sind wir online. Okay, jetzt sind wir alle online über alle Kanäle quasi. Hallo und herzlich willkommen wieder. Wir sind heute, haben wir quasi im Bootcamp mit dem Tabata-Burgout. Ja, also kurz zur Erklärung. Wir haben gleich immer Belastung von 20 Sekunden und 10 Sekunden Pause. Wir machen eine Übung dann insgesamt achtmal hintereinander. Das ist ungefähr vier Minuten Block done. Vorher machen wir uns kurz ein bisschen warm. Wir machen eine sogenannte Low Impact Übung. Das hört sich vielleicht, Low hört sich ja immer so ein bisschen ruhig an, aber das heißt eigentlich nur, dass wir nicht großartig springen werden. Wir wollen ein bisschen Gelenkschuhe und Arme. Ihr dosiert letztendlich die Belastung einfach mit der Anzahl der Wiederholungen in die 20 Sekunden. Okay, du kannst versuchen immer 20 Wiederholungen in 20 Sekunden reinzupacken. Das wird dir vielleicht bei der einen oder anderen Übung auch gelingen. Aber ansonsten ist es so, dass du einfach versuchst, die Übung in einer guten Qualität maximal zügig durchzuführen. Wie gesagt, Low Impact steht dafür, dass wir einfach gelenkschonend trainieren werden, aber das hat nichts mit der Intensität zu tun. Also wir werden keine großartigen Lauf- oder Springen-Geschichten machen in diesem heutigen Block. Wir gehen viel in die Planke, also ihr braucht auf jeden Fall einen Handlung und auch eine Matte vielleicht. Und ansonsten könnt ihr Dürfgewichte nehmen, wenn ihr welche jetzt zu Hause habt und ihr sagt, ich habe noch so ein bisschen Gewicht, dann dürft ihr das gerne mitnehmen. Gerade wenn wir nachher zum Beispiel Beinigung machen, ansonsten geht es komplett ohne Körper, also nur mit dem eigenen Körper, ihr nicht meintet. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß, wir machen uns jetzt zusammen warm. Ich mache eine Musik nochmal los, laut und dann legen wir auch schon los, okay? Also, schwingt Zettel da hin und dann Musik an, Moment, zack. So. Okay. Los geht's, let's go. Wir haben ein Schütteln. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Hopp, 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 hopp. Stenkel, Stenkel, ja. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, Leute, komm. Fünf, vier, drei, zwei, gehst du raus. Ja, die Boxen. Fünf, acht, 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 acht. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ja, und wieder, fünf, sechs, acht, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Sieh auf! Hopp, 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 hopp. Wir streiten nach. Hopp, 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 hopp. Und fünf, vier, drei. Zwei, die nächste tief, tief, drauf. Dieb, 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 dieb. Hup, 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 hup. Hier, schön. Und da. Hup, 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 hup. Ja, gut. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Und knie, knie, knie. Jawohl. Hup, 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 hup. Drei ist mein eigenes Lauf. Passten. 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 Drei, drei, zwei, vier. Geht mit Mitte. Hier zuerst an. Rechts und links und rechts. atie, linke und rechts. Bassten. Passten. Passten. Passt. 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 Komm! Komm! Sehr schön. Komm! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Mach dich doch mal ran. Ho! 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 Vier! Zwei! Hup! Hup! Vier! Drei! Zwei! Komm! Hup! Hup! Vier! Zwei! Tief! Tief! Hup! 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 Fünf! Drei! Zwei! Hup! 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 Hopp, 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 hopp. Und fünf, vier, drei, drei, Hände vorne, kommen hoch und tief, Beine auf und zu. Ja, hopp, 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 hopp. Sehr schön, hopp, hopp, tief, mit den Armen, Beine auf und zu. und wiederum, hingeh auf und zu. Dr. und wiederum, Hasian, Schöpfung, hopp, 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 hopp. hog Switch imschlag von w novelty, code seine Musik. sehr schön, hopp, gut stellen und dann Mulch und vorliegen. sequence ist Weihnachten. Amgen bis zum Ab Andy promett diving, do war's slime ? ig Conta!!! Fünf, vier, drei, zwei, die Arme gehen wieder hoch, schieb, die beiden gemeinten vor und zurück. Jawohl. Sehr gut. Hopp, 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 hopp. Fünf, vier, drei, zwei, ihr habt die Skibeweg. Skibeweg, 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 Skibeweg. Hopp, 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 hopp. Sehr gut, komm, komm, komm. Sehr gut, komm, halten wir ein bisschen durch. Und sieben, fünf, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und Zeit. Okay, sehr schön. Ich glaube, ihr seid etwas warm geworden. Dann nehme ich gleich los mit dem Workout. So. Okay. Die Musik ist gestartet. Die wenigstens immer auch hören, wie die Musik reingeziert. Und dann geht es mit der Übung los. Die erste Musik ist ein bisschen zu schnell. So. Das war zu schnell. Zu schnell. Zu schnell. Die erste Jungen, wer wollte ich mich noch zeigen, mein Gott, die erste Jungen ist dann in der Plank. Wer in die Plank, geht in die Plankposition. Und jetzt ziehst du immer ein Knie zum Elbow. Links, rechts, links, rechts. Das wiederholen wir 20 Sekunden lang. So viel und so oft wie möglich. Achte bitte darauf, dass du dich ins Hohlkreuz fällst. Viel Körperspannung. So. Jetzt aber. Musik läuft. Und ihr hört gleich das Reinziehen. Und dann kriegen wir los mit der Übung. Ihr habt über 10 Sekunden Pause zur Stichübung. Okay? So. Macht die Starten ab. Zu vier, drei, zwei, zwei, drei, los. Hopp. 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 Die Tränenboge. Hopp. 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 Ja. Zeigen wir. Und Zeigen. Jawohl. Pause. Sehr gut. Jetzt machst du den ersten Durchgang. Gleich der zweite. Vier, drei, zwei, los. Jetzt. Hopp. 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 Sehr schön. Hopp. 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 Und Zeit. Sehr gut. Das hat ja Zeit. Hier kurze Pause. Vier, drei, zwei, drei. Jetzt wird den Durchgang. Und los. Hopp. 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 Jawohl! Zieh! 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 Jawohl! Hopp! Hopp! Vier! Drei! Zwei! Aufzeigen! Jawohl! Der Schiff, Pause! Super! Okay, weiter geben Sie gern! Drei! Zwei! Und start! Jawohl! Hopp! 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 Eins, zwei! Drei! Zwei! Und start! Jawohl! Sehr gut! Weiter geht's! Drei! Zwei! Und los! Hopp! 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 Vier! Haltet euch! Hopp! 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 Drei! Zwei! Und start! Sehr gut! Super! Durchhalte meine Liebes nächste Runde! Drei! Zwei! Zwei! Und los! Hopp! 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 Vier! Zwei! Zwei! Und start! Jawohl! Stopp! Sehr gut! Und wir gehen hier los im Finish! Drei! Zwei! Zwei! Und los! Hopp! Zwei! Zwei! Und stopp! Vier noch! Hopp! 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 Zwei! Zwei! Und stopp! Vier noch! Vier noch! Vier noch! Zwei! Und los! Jetzt jetzt! Uier noch! Vier noch! Hopp! Vier noch! Zwei! Und stopp! Jawoll. Sehr gut. Super gemacht. Die Übung habt ihr hinter euch. Die nächste Übung ist im Schirm. Wir machen einen Ausgangsschritt. Wir machen den nach vorne, nach hinten, nach vorne und wechseln den Fuß. Und los. Tief, tief, tief. Und wechseln. Tief, tief, tief. Wir wechseln. Tief, tief, tief. Wir wechseln. Und zwei. Super. Pause. Durchatmen. Und los. Eins, zwei, drei Schritte im Wechsel. Eins, zwei, drei. Und dann wechseln. Vor, zurück, vor, wechseln. Vor, zurück, vor. Aus zwei. Klasse. Durchatmen. Von zwei Durchgänge. Los geht's wieder. Und los. Vor, zurück. Vor, wechseln. Vor, zurück. Vor, wechseln. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, hoch, seit. Lassen. Durchatmen. Beide geht's wieder. Drei, zwei, los geht's. Vor, zurück. Vor, wechseln. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, wechseln. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, wechseln. Auge, Auge, wieder Bündchen anzielen, herrnommen, okay, ein, zwei, vier, jetzt, komm, tief, tief, tief und wechseln, vor, zurück, vor, wechseln, vor, zurück, vor, und wechseln, vor, zurück, vor, und stopp, sehr wohl, Klasse, Atem, die durch, halbzeit, drei, zwei, noch ein Start, vor, zurück, vor, wechseln, komm, vor, zurück, vor, wechseln, vor, zurück, vor, wechseln, vor, zurück, vor, und wechseln, vor, zurück, Vor, vor, zurück, und attempt, toll, klasse, muss ich mal gucken, bis ich dir aus der Kamera laufe, ins Schneidee Lot und ciao, ein, zwei, hier, alles, kom, tief, 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 wechseln, tief, 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 wechseln, tief. Tief, 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 wechseln, tief, 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 und zwei, jawohl, klasse, super, ok, weiter geht's, drei, zwei, und starten, tief, 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 wechseln, tief, 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 wechseln, tief, 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 wechseln, tief, 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 wechseln, tief, 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 und drei, jawohl, klasse, das war's schon, wir kommen aber auch schon hinter uns, die nächste Übung, aus dem Stand, gehen wir in die Bieschnitte, ok, gespießt, kommst nach unten, kommst vor, und was er liebt, vier, drei, zwei, jetzt kommt, vor, tief, zurück, hoch, herbe, hüttt, und hoch. Sehr schön, zum Kontakt, dritte, dritte, sah und zeig, voll, klasse, einfach tief, nah an die Beine, tief, Wir kommen nach vorne, nach hinten, Fliegelstütze wieder hoch. Jetzt, komm! Hopp! Stich! Und auf! Fliegelstütze! Hopp! Und wieder auf! Fliegelstütze! Hopp! Sehr gut! Hopp! Und Zeit! Verschleifte Pause! Okay! Drei! Zwei! Und stark! Hopp! Geht auf! Komm, komm, komm! Und wieder tief! Jawohl! Tief! Drei! Zwei! Zwei! Erste! Den Beine halten! Beine gehen! Beine gehen! Drei! Zwei! Los! Hopp! Hopp! Jawohl! Sehr gut! Tief! Zwei! 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 Folgendes! Weine geht's wieder! Drei! Zwei! Und schlafen! Vier! lassen vii! Quater! Bitte! Drei! Zwei! Zwei! Tief! Zwei! Und stark, komm! Jawohl! Komm, 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 komm! Und Pause! Jawohl! Erststück! Durchatmen! Das macht es super! Super! Und eins, zwei, und eins! Los! Jawohl! Zwei, zwei, und zwei! Jawohl! Zwei! 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 Sehr gut! Der Block ist durch! Super gemacht! Der dritte Block! Der dritte Block! Gehen wir in die Schniebeuge ins Loch! Komm hoch, gehen wir in die Standbeige! Acht! Tief! Standbeige! Zwei! 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 Und los! Drei! Zwei! Zwei! Und so! Wir sind kurz in! Aus der Klimate! Kippo-Range, hoch haben wir noch einen, drei, ja, drei, zwei, und los, komm. Sehr schön. Drei, zwei, und zwei. Jawohl, krass, wir durchatmen. Okay, rein, geht's. Drei, zwei, und los, komm. Jawohl. Komm. Drei, zwei, und zwei. Jawohl, super, ja. Klasse. Ab und wieder durch. Drei, zwei, und los, komm. Drei, zwei, und los, komm. Drei, ganz stark. Klasse. Versuch bei den Knie, Leute, mit der Hüste tiefer zu kommen, also mit den Knie. Einen Knie, zu, und los, komm. Ja, jetzt komm, komm. Jawohl. Drei, zwei, und zwei. Jawohl, klasse. Super macht ihr das, ok? Durchhalte! Drei, zwei und los! Ja, komm! Drei, zwei und zwei! Jawohl, ganz stark! Macht ihr super! Warte, meine Gülle! Drei, zwei und los! Jawohl! Klasse! Drei, zwei und zwei! Das ist super! Kompliziert schon wieder nicht, ne? Drei, zwei und los! Drei, zwei und los! Komm! Jawohl! Jawohl! Nach dem Glock schon wieder fertig! Okay! Wir gehen! Und jetzt, zack! Pause einmal! Okay, kurze Pause! Weil, die nächste Übung muss ich euch wieder ein bisschen mehr zeigen! In der nächsten Übung sind wir jetzt hier in die Plank, okay? Und du drehst dich quasi immer diagonal, also du kickst mit dem Fuß diagonal nach oben raus, dazu drehst du dich und kickst vor. So, kommst du wieder in die Ausgangsposition zurück, kickst vor, okay? Du hast eine Art Vollkick, immer zu jeder Seite, eine Hand löst dich dabei! Okay? Das ist die Übung! Und die machen wir auch wieder, wie alle anderen, 20, 10, okay? So, mach die Schaltklappe, hier noch einen Schluck, dass wir die jetzt auch gut sind. Und jetzt starten wir die Musik! Kick! Und... Rocken! Drei! Zwei! Und los geht's! Kick! Zack! Kick! Jawohl! Zirme zur Seite! Den Kick bringen! Jawohl! Super! Komm, komm, komm! Jawohl! Jetzt noch ein Kick! Drei! Zwei! Und ein! Jawohl! Kurz durchatmen! Wieder eine kurze Pause! Ja, dann geht's weiter! Zwei! Zwei! Und los! Komm! Kick! Sehr! Sehr schön! Komm! Zwei! 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 Und ein! Zwei! Sehr schön! Zwei! 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 Und kick! Die Haare! Und die Haare! Und ab geht's! Komm! Das! Tief! Zwei! Und stopp. Sehr schnell. Klasse. Komm. Und eine geht. Drei. Zwei. Und los. Stopp. Jetzt kommt. Durch eine. Drei. Zwei. Und Zeit. Sehr gut. Da haben wir schon die Halbzeit. Korken. Mach dich wieder stark da. Drei. Zwei. Und los. Und los. Stopp. Vier. Super. Drei. Drei. Zwei. Und zwei. Klasse. Zwei. 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 Und los. Zwei. 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 Jawohl, jetzt geht es noch mal gleich. Zack, hopp, zack. Okay, machen wir jetzt eine Schnur. Drei, zwei, und los. Hopp. Jawohl. Hopp. Sehr schön. Hopp. Hopp, hopp. Vier, und drei, zwei. Drei, und zwei. Sehr gut. Super macht ihr das. Rein mit die Hände. Drei, zwei, und los. Und los. Hopp. Hopp. Jawohl. Sehr schön. Hopp. Kommp. Durchhalten. Vier, und los. Zwei, und zwei. Klasse. Super macht ihr das. Beide. Drei, zwei, und los. Kommp. Hopp. Jawohl. Zwei, zwei, und los. Kommp. Zwei, zwei, und los. Kommp. Klasse. Super. Wir sind jetzt auf der Spitze des Eisbergs. Gut. Drei, zwei, und los. Kommp. Zwei, zwei, und los. Kommp. Kommp. Halt sie euch. Drei, zwei, zwei, und los. Kommp. Halt sie euch. Drei, zwei, und zwei. Auf! Sehr schön! Jawohl, auf! Drei, zwei und zwei! Klasse! Warum müssen wir heute zurückgehen? Und die Schiebe aus dem Weg auf! Drei, zwei und drei, komm! Jawohl! Komm, 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 komm! Drei, zwei! Jawohl, gut! Den Block haben wir auch schon geschafft! Den nächsten Block! Wir machen Kniebeugen! Dann ziehst du einen Fuß hoch! Tipps ihn ab! Kniebeugen hoch! Kniebeugen hoch! Kniebeugen hoch! Drei, zwei! Los geht's, komm! Hopp! 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 Sehr schnell! Komm! Hopp! 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 Komm! Und zwei! Jawohl, Pause! Klasse! Super! Beide geht's! Drei, zwei! Und los! Komm! Hopp! Hopp! Komm! Sehr schnell! Das ist schön tief zu kommen! Ja! Tief! Sehr gut! Hopp! Hopp! Drei, zwei! Und zwei! Sehr gut! Super! Ich weiß ja noch mal leider nicht! Okay, jetzt geht's! Drei, zwei! Und los! Hopp! 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 Beide! Hopp! Sehr schön! Hopp! Zieh euch! Hopp! Zwei! Und zwei! Ganz stark! Super! Beide geht's! Beide geht's! Drei! Zwei! Zwei! Hopp! 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 Jawohl! Klasse! Kommp! Sehr gut! Ein, neun! Zwei! Zwei! Und stopp! Jawohl! Super! Beide! Und wieder Luft hoch und ruhig atmen! Drei! Zwei! Und go! Kommp! Hier! Hopp! Sehr schön! Zwei! Zwei! Und zwei! Klasse! Zwei! 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 Und zwei! sick! Zwei! 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 Komp! 3, 2, 2, 1, and 2. Jawoll. Komm, komm, komm. Hand und gehtillehn. 3, 2, 1, go! Step 2. Seine nicht. 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 1, ab und Pei So, okay. Wir stretchen. Wir stretchen. Die sieben Übungen sind durch. Wir machen jetzt noch ein bisschen Cooldown und stretchen die verschiedenen Muskelgruppen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das, wie gesagt, wir hatten am Lumpenweg, die sind nicht gestrungen, konnten aber trotzdem aufgrund der Wiederholungszahlen unsere Intensität und unseren Eistigstilor anpassen. Und darum geht es ja letztendlich. Man muss nicht immer alles springen oder laufen, sondern das Ganze mal ins rechte Lenk schonen. Okay, wir wollen jetzt noch stretchen. Zack. Wir werden immer 30 Sekunden gehen. So, okay. 30 Sekunden gehen eine Richtung oder eine Seite. Und dann, äh, genau. Versucht hier in der 30 Sekunden wirklich zu entspannen. Okay, los geht's hier. Macht die Startfreude, bleibt stehen. Erste Dehnung ist die Rumpfdehnung. Hier in eine Richtung. Wir sind statisch, okay. Wir sind statisch unterwegs. Das ist die erste Dehnung. In eine Richtung. So. Okay. Los geht's. In fünf, vier, drei, zwei. Und wir dehnen. Ja, holen. Rumpfdehnung, schießt. Schön in eine Richtung. Rumpfdehnung, schießt. Schön in eine Richtung. Versucht dich zu entspannen. Der Puls da ist immer runtergekommen. Fünf, vier, drei, zwei. Wechsel in die Richtung. Wir gehen in die Uberschenkel von der Seite. Okay. Vier, drei, zwei. In die Uberschenkel von der Seite. Und wieder. Ja. Wir gehen in die Richtung festhalten. Wir gehen in die Uberschenkel von der Seite. Richtig die Hüfte aus. Schraube an die Bauchkabel. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Fünf, vier, drei, zwei. Wechsel in die Seite. Wir lösen jetzt. Komm. Uberschenkel in die Vorderseite. Für die nächste Drehung gehen wir auf den Boden. Ich mag es schon mal ab. Für die nächste Drehung gehen wir auf den Fußboden. Und wir lösen das. Sehr gut. Setz dich hin. Setz dich hin. Einmal ist gerade. Das andere wird angezogen. Stellt sich nach außen. Das siehst du im D-G-Setz. Dem Bein. Also mit dem D-G-Setzten Arm. Das Knie in die Richtung rum verdreht. Die Drehung solltest du spüren. In der G-Setz. Die Drehung solltest du spüren. In der G-Setz. Drücke. Rauch. Ab und vor. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir lösen aus der letzten Zeit. Zwei. Und los. Pärmer. Sehr schön. Auch hier Gesäßmuskulatur. Hand in vorne. Unter der Rücken. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Lösen. Jawohl. Du bleibst einfach sitzen. Die Beine sind gestreckt. Bringen die Oberkörper vor, um an die Fußspitzen zu kommen. Knie sind durchgestreckt. Mit dehnen die Oberstinkel. Rückseite ist runter zur Bahne. Unter der Rücken. Gesäßmuskulatur. Jawohl. Wir halten jetzt etwas länger. Wir halten jetzt etwas länger. Für die nächste Dehnung geben wir wieder hoch. Wir stehen. innen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nicht ganz auf. Wie hoch. So, wir stehen hier. Wir dehnen die Wade. Okay, los geht's. Stretching. Ja, sehr gut. Wir machen wieder die Seite 30 Sekunden. 5, 4, 3, 2, Seitenwechsel. Ja, und wir gehen. Krass. 5, 4, 3, 2, und Zeit. Jawohl, okay. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich bedanke mich. Wir haben einen schönen Abend für euch, ein schönes Wochenende und bis bald wieder. Okay? Ciao.